Hallo, hier spricht Kragosch aus der Zukunft. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, warum ich aus der Zukunft spreche. Ich sitze hier gerade im Schnittprogramm und habe festgestellt, dass ich mein Mikrofon auf Mute hatte. Ist das nicht wunderbar? Trotzdem, die Folge war eigentlich an sich gut gewesen, bzw. die Runden, die ich hier aufgenommen habe und zusammen geschnippelt habe. Deswegen kommentiere ich jetzt hier einfach wundervoll drüber und hier ist schon das 1 zu 0 gefallen durch Smug85. Nebenbei habe ich noch ein bisschen gequatscht über, was ich dieses Wochenende so mache. Dass ich zum Beispiel so im Fußball gehe und heute zum Fußball und Montag zum Fußball und so weiter und so fort. Weil es ist ja Ostern, in dem Sinne, frohe Ostern wünsche ich euch, dass gestern keine Folge war. Tut mir leid, ich hatte gestern keine Zeit gehabt. Das würde er jetzt sagen an dieser Stelle, wenn denn die Aufnahme da gewesen wäre. Und hier, bam, alter, wunderbare Parade, so wie Manuel Neuer gegen Real Madrid. Unüberwindbar bis auf den Einschuss, der jetzt schon drinnen war. Aber da konnte er nichts für, da war er nämlich nicht da gewesen. Hier versuchen die zwei auf den Ball zu fahren, die Gegner. Aber natürlich fange ich den wieder souverän ab. Aber da ist nichts leider bei rausgeworden. Hier, klären wir den Ball und uns nebenbei Boost. Und, ah, da werden wir zerstört. Einfach in der Luft zerrissen. Und hier haben wir ein bisschen Glück, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Wir haben kurz auf den Punktestand geschaut. Aber der interessiert uns nicht so krass. Wir sind immer noch krass dabei, haben 60 Punkte. Unser Mate hat 40 Punkte. Es sieht auf jeden Fall im Moment nicht gut aus. Aber jetzt fahren wir nach vorne. Vielleicht kommt jetzt mal ein Pass. Der Pass kommt. Und, ah, nein, der wurde natürlich abgefangen. Das war viel zu einfach. Das hat natürlich der Gegner lesen können mit seinem Wissen, dass er hier in Wachit League angesammelt hat. Und wir fahren wieder nach vorne. Es wird ein schwieriges Spiel. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Dabei geht wieder nach hinten. Und nach oben. Oh, der wird eklig. Da müssen wir dran. Oh ja, den haben wir sehr gut bekommen. Und wahrscheinlich machen wir jetzt das Tor. Der sieht gut aus. Und, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht er vor dem Fasten an Lucky. Das ist auf jeden Fall richtig scheiße. Ja, wir sollen den Ball in die Mitte spielen, schreibt da gerade unser Mate. Aber wie sollen wir den Ball in die Mitte spielen, wenn wir ihn nicht haben, frage ich mich an dieser Stelle. Also der Mate ist in den ersten zwei Minuten nicht der Beste, schreibt hier auch wieder in die Mitte. Da wollte er den Ball wahrscheinlich in die Mitte passen, aber dazu müsste er den Ball auch passen und nicht einfach verlieren. So geht er dabei jetzt wieder auf unsere Seite, nachdem er ja eklig abgefangen wurde. Aber jetzt funktioniert das Ganze wieder souverän. Wir fahren nach vorne. Und, und, da ist das 1 zu 1 durch Iwushi, Ausrufezeichen. Sehr gut. Da haben wir das 1 zu 1 geschafft. Und wir warten natürlich, und der war sehr, sehr knapp gewesen, würde jetzt der Spieler sagen, wenn die Aufnahme denn funktioniert hätte. Und wir fahren jetzt wieder los. Versuchen jetzt ins Beste draußen. Und, ah, das war dann doch zu einfach gewesen. Da sind sie beide auf der Linie geblieben. Wir konnten nichts draußen machen. Aber das Spiel ist noch nicht verloren. Es ist bei 2 Minuten und 30. Wir haben noch 2 Minuten und 29 Zeit. Also, da muss ja noch was möglich sein. Den haben wir gut bekommen. Warum auch immer wir den per Fallrückzieher bekommen haben. Obwohl wir gerade zum Ball geflogen sind, ist erstmal egal. Für dich. Ja, der ist für mich. Ah, den hat er noch gut abgelenkt. Und da ist das Tor. Das war eine Vorlage von uns. Natürlich war das Ganze geplant. Haben wir gewusst, dass er ihn hier verlängert. Dann steht natürlich Iwushi frei und macht ihn rein. Das war super gespielt. Das war natürlich auch überlegt gespielt. Guter Schuss, schreibt er sich selber. Fahren tut er nicht, warum auch immer. Aber dafür kriegen wir eine Parade. Das ist doch auch was. Hier machen wir ein bisschen Mist. Da machen wir doppelt Mist. Aber dafür wird Iwushi den Ball klären. Da haben wir ein bisschen den Ball in die Mitte gespielt. Das war nicht so clever gewesen. Hier haben wir den Boost leider nicht gekriegt. Das war ein bisschen scheiße gewesen. Ansonsten hätten wir hier noch mehr draus machen können. Aber na gut. Iwushi hat hier super den Ball geblockt. Das wäre auch sonst eine schwierige Situation geworden. Aber natürlich ist unsere Abwehr und unser Angriff sehr gut koordiniert. Und hier wird geklärt von Smuka 85 oder Smuka 85. Ich kann das hier nicht ganz so sehen, weil das Bild ein bisschen kleiner ist. Wenn ich hier drüber kommentiere. Aber das macht alles keinen Sinn. Ich meine, ihr seht ja alles. In diesem Sinne reicht das ja. Und wir fahren jetzt wieder mal rückwärts. Oh Mann, kann ich gut rückwärts fahren. Meine Fresse, wir fahren jetzt wieder nach vorne. Und spannende Musik, die hier im Hintergrund ist. Und da müssen wir jetzt hin. Der wird eklig, der wird eklig. Und bam, an den Innenpfosten haben wir den gehauen. Und das war natürlich eine Weltklasse Parade. Manuel Neuer wieder unterwegs. Und im Gegenzug machen wir fast das Tor. Und an diesem Zeitpunkt habe ich mir so gedacht, was muss ich heute noch tun, um ein Tor zu schießen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon ein Tor geschossen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder hier voll in Action. Das war auf jeden Fall ein guter Schuss gewesen. Aber letztendlich war er dann doch zu halbherzig gewesen. Aber na gut, wir haben jetzt noch 40 Sekunden Zeit. Ich wollte hier schon wieder nach vorne fahren. Habe es mir dann doch anders überlegt. Weil wenn jetzt der Ball auf Druck gegangen wäre, wäre er keine Erinnerung gewesen. Ich muss generell immer ja auch mal angewöhnen, nicht immer auf jeden Ball drauf zu fahren, wie so ein Bekloppter. Sondern auch mal ein bisschen taktisch hinten zu stehen vielleicht. Damit wir genau solche Bälle kriegen. Und die dann am Fasten machen. Meine Fresse, wie viele Bälle will ich denn heute noch an den Fasten schießen? Wir sind unglücklich hoch 2. Das ist unfucking fassbar. Aber wir haben noch 10 Sekunden Zeit. Das sollte doch machbar sein. Da sollte jetzt nicht mehr viel passieren. Und die letzten 5, 4, 3. Nochmal der Ball abgefangen. Nochmal ein Befreiungsschlag. Wir kriegen nochmal Punkte. Und haben jetzt gewonnen. Ja, das sind wir auch schon in der zweiten Runde. Heute habe ich ihn erst eingeladen. Ich bin's. Günter. Ja, wir letzten vier Spielspielen. Roggeleik. Da kann man fliegen. Mit dem Auto. Den haben wir geklärt. Mein Freund. Kapsel. Ah. Wer bringt den Ball in die Mitte. Ich fahre. Guck mal, wie ich fahre. Kann man springen. Oh, ja. Oh, nee. Die habe ich ihn immer fassen gemacht. Unglaublich. Aber jetzt ein Pass. Pass. Oh, ist mein Mitspieler. Er ist nicht da. Ich will nicht wo der Hinn ist. Wahrscheinlich war er da gerade eingelaufen. Oh, noch mal an der Satzbank. Hat ein bisschen Waffel geholt. Hm. Scheiße. Dann muss man aufpassen. Und ja. Kapsen. Kapsen. Super. Oh, nein. Der wird gefährlich. Ich fahre. Und oh. Scheiße. Der wird gefährlich. Voll in die Mitte. Oh. Es geht gar nicht. Ich mache dann sowas. Ah. Er geht daneben. Und der wird gefährlich. Daneben. Er geht auf. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt mache ich eine Vorbereitung. Vorbereiten. Und er wird zwei. Zu weit. Ah. Nein. Warum? Zu weit. Was habe ich getan? Und da. Bum. Weg. Ruh. Und ich. Na ja. Ich bin in der Mitte. Da ist einer da. Los. Spring. Oh, nein. 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 Was macht mein Teamkamerad? Ich muss springen. Mit X. Das habe ich gelernt. Und im X-Drückkurs. Und hier. Oh, ja. Was gesehen? Wie kann das passieren? Ich springe hoch. Und dann halte ich den Ball. Souverän. Und dann. Geh doch mir auf der Spitze ins Tun. Hm. Nein. Unglücklich. Aber. Jetzt bin ich wütend. Oh. Guck mal, wie rot mein Auto schon ist, weil ich so wütend bin. Oh, ja. So wütend bin ich. Jetzt muss Gapsen noch mal was tun. Der Gapsstier die ganze Zeit hin und her wie so ein Bekloppter. Meine Fresse. Ich glaube, der ist erst drei Jahre alt. Da spielt meine Katze ja besser wie du. Mache doch mal was. Oh. Da muss ich wieder hin. Gapsen, Gapsen, Gapsen. Ich bin enttäuscht von dir. Genau wie deine Eltern. Jetzt geh ich ja drauf. Machst du da. Bin hab ich nahe gesehen. Hab ich zwei Bälle gesehen. Wahrscheinlich. Oh, nee, nee, nee. Oh, der. Oh, duf. Aber den Gaii souverän in die Mitte. Zum Glück sind die Scheiße. Und jetzt Gapsen. Gapsen. Oh, da. Gold. Kolosser. Ja. Reine Fresse. Gapsen hat was Jutes gemacht. Einmal Hashtag Gapsen. Eins, zwei, drei. In die Kommentare. Damit ich weiß, dass er Gapsen genauso gut findet, wie ich. Hier kommt er. Hier kommt Alex. Ja. Vorhang auf. Und da. Oh, dann klar. Gut. Weg damit. Weg damit. Oh. Da spielt uns alle aus, aber nicht mich. Ich bin doch nämlich so verständlich. Das habe ich nämlich gelesen. Da habe ich nämlich ein Buch geschrieben. Das Buch des Vorbeifahrens. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Lassen wir noch machen. Gapsen. Super Pass in die Mitte. Oha. Damit habe ich aber nicht recht. Was denn da passiert? Oh, da drehe ich mich. Und oh. Was mache ich? Ich will jetzt nicht. Ich habe wahrscheinlich einen Gast gesucht. Mit einem Bier. Das ist ein Herrschaftsbier. Das habe ich letztens getrunken. Da sind 5,0% extra. Extra Vitamine. Nachdem ich das getrunken hatte. Da muss ich meine Organe durch ganzen Organe ersetzen. Deswegen kratze ich mich immer hinterm Ohr mit dem Bein. Aha. Und jetzt. Oh nein. Nein. Wie geht denn das? Und jetzt muss ich den Klärung. Nein. Gab es einen. Super Gab es einen. Schuss. Schuss. Nein. 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 Eine Minute. Es ist so spannend. Und ja. Schuss. Schuss. Nein. Ich kann da nicht rein gehen. Ich will sie nicht. Den kläre ich. Oh ja. Ich erkläre ich. Das kann ich doch nicht machen. Was tue ich hier. Oh. Klaren. Klaren tue ich. Ja. Jetzt. Jetzt. Jetzt gab es sich nach vorne. Pass. Wo es gab es einen. Da. Oh nein. Ich zittere. Gewinnen wir das. Verlieren wir das. So viele Fragen. Ich weiß es doch nicht. Ich wäre für. Gewinnen. Und jetzt. Die letzten Sekunden. Pass. Schuss. Oh. Ja. Wir haben Tor gemacht. Gab es einen. Gab es einen mit der Vorlage. Das war gut. In der letzten Sekunde. Da. Ja. Können wir das noch erwähnen? Ja. Sieht gut aus. Zehn Sekunden. Gab es einen. Oh nein. Nein. Aber. Oh. Weg. 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 Ja. Aus. Aus. Das Spiel ist aus. Oh. Und wie laut ich. Ich bin ein Taktiker. In der Taktikschule von Taktiken habe ich das gelernt. Na ja. Na ja. Daher soll ich gefallen. Ich bin. Euer neuer Freund. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin. Bewerte den Bart. Sonst komme ich zu euch nach Hause. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.